Am Turme Ich steh' auf hohem Balkone am Turm, Umstrichen vom schreienden Stare, Und lass' gleich einer Menade den Sturm Mir wühlen im flatternden Haare. O wilder Geselle, o toller Pfand, Ich möchte dich kräftig umschlingen, Und Sehne an Sehne zwei Schritte vom Rand Auf Tod und Leben dann ringen. Und drunten seh' ich am Strand So frisch wie spielende Doggen, Die Wellen sich tummeln rings mit Geklaff und Gezisch, Und glänzende Flocken schnellen. O springen möchte ich hinein alsbald, Recht in die tobende Meute, Und jagen durch den korallenen Wald Das Walroß die lustige Beute. Und drüben seh' ich ein Wimpel wehen So keck wie eine Standarte, Seh' auf und nieder den Kiel sich drehen Von meiner luftigen Warte. O sitzen möchte ich im kämpfenden Schiff, Das Steuerruder ergreifen, Und zischend über das brandende Reff Wie eine Seemöwe streifen. Wär' ich ein Jäger auf freier Flur, Ein Stück nur von einem Soldaten, Wär' ich ein Mann doch mindestens nur, So würde der Himmel mir raten. Nun muß' ich sitzen, So fein und klar, Gleich einem artigen Kinde, Und darf nur heimlich lösen mein Haar Und lassen es flattern im Winde. Ich steh' auf hohem Balkone am Turm. Droste Hülshoff bewohnte die Burg Meersburg Und hatte vom Turm aus Einen Blick auf den Bodensee. Der Balkon am Turm Ist des schönen Bildes wegen Aber wohl doch eine Erfindung. Umstrichen vom schreienden Stare. Man möchte annehmen, Daß um des Reimes willen der Starr gewählt wird, Zu dem es nicht unbedingt passt, Alleine den Turm zu umstreichen Und dabei zu schreien. Unwillkürlich hat man eher das Bild einer Krähe vor Augen. Und lass' gleich einer Menade den Sturm Mir wühlen im flatternden Haare. Der grammatische Bezug Ist nicht ganz eindeutig. Es ist aber wohl weniger der Sturm, Der hier einer Menade gleicht, Also einer Frau, Die im Dionysos-Kult Oder als Bakantin der Raserei verfällt, Sondern die Frau selbst, Wenn ihr die Haare So vom Sturm aufgewühlt werden. O wilder Geselle, O toller Pfand, Gemeint ist der Sturm, Der hier seine Rolle als junger, Ungestümer Liebhaber zu finden scheint. Ich möchte dich kräftig umschlingen Und Sehne an Sehne, Zwei Schritte vom Rand, Auf Tod und Lebendern ringen. Die Sehne ist wegen seiner vielen Assoziationen An dieser Stelle ein wunderbar gewähltes Wort. Einmal, weil sich eine Sehne spannt Und weil man darin auch ein Sich-Sehnen heraushört. Und das Sehnen bezieht sich auf den Lebenssturm, Dem sie sich aussetzen möchte. Und sei es unter Lebensgefahr, Die hier dargestellt wird als ein Ringen mit diesem Sturm, Der mit einem tödlichen Sturz vom Balkon enden könnte. Und drunten sehe ich am Strand So frisch wie spielende Doggen Die Wellen sich tummeln rings mit Geklaff und Gezisch Und glänzende Flocken schnellen. Die Wellen sind eine ebensolche Naturgewalt wie der Sturm, Und tatsächlich reicht es bei entsprechendem Wetter Auch am Bodensee zu eindrucksvoller Brandung. O springen möchte ich hinein alsbald Recht in die tobende Meute. Eine tobende Doggenmeute ist ein eindrucksvolles Bild. Auch hier ist die Größe des Tieres Und der Klang seines Namens ausschlaggebend Für den Vergleich, den die Dichterin wählt. Und jagen durch den Korallenenwald Das Walroß, die lustige Beute. Wir werden jetzt vom Bodensee an ein Phantasiemeer versetzt, Denn Walrösser sind nicht unbedingt in der Nähe von Korallen zu finden. Es geht nur um den Bildzusammenhang, der aus den Wellen Jagdhunde macht, Zu denen eben ein Wald und eine Jagdbeute gehört. Und drüben seh ich ein Wimpel wehen, so keck wie eine Standarte. Der Wimpel eines Bootes wird also zu einem Hoheitszeichen aufgewertet, Zu einer Standarte. Seh auf und nieder den Kiel sich drehen von meiner luftigen Warte. O Sitzen möchte ich im kämpfenden Schiff das Steuerruder ergreifen Und zischend über das brandende Riff wie eine Seemöwe streifen. Insgesamt eine Variante der vorangegangenen Strophe. Die Sehnsucht bezieht sich auch hier auf ein Leben im Lebenssturm. Wär ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, Wär ich ein Mann doch mindestens nur, so würde der Himmel mir raten. Nun wird also klar, um was es geht. Die freie Entscheidung, in den Lebenssturm zu treten, In die Freiheit der Lebensentscheidungen, Die auch die Freiheit bedeutet, ein Scheitern zu riskieren, Ist ihr als Frau verwehrt. Einem Mann rät der Himmel und kein anderer Mensch, Was nichts anderes als Selbstbestimmung meint. Nun muß ich Sitzen so fein und klar gleich einem artigen Kinde. Ihr als Frau ist vorgeschrieben, In welcher Form sie überhaupt gesellschaftlich wahrgenommen werden darf. Und darf nur heimlich lösen mein Haar Und lassen es flattern im Winde. Das Lösen des Haars ist hier ein Ausdruck von Freiheit. Die strenge Zucht der Frisur entspricht Der strengen Reglementierung im Leben einer Frau. So wie sie nicht die Freiheit hat, Ihr Haar öffentlich dem Wind auszusetzen, Hat sie nicht die Freiheit, Selbstbestimmt über ihr Leben zu entscheiden. Natürlich ist der Geschlechtergegensatz, Was die Freiheit in den Lebensentscheidungen angeht, Hier überspitzt dargestellt. Schließlich konnten auch Männer In gesellschaftlichen Zwängen stecken. Diese Überspitzung führt aber zu einer ganz eigenen Variation Dieser romantischen Sehnsucht, Die ihren Reiz daraus bezieht, Daß man Sehnsucht auch als schönen Schmerz genießt, Als, wie es bei Goethe heißt, selige Sehnsucht, Die aber im Vergleich zu einer Eichendorfschen Sehnsucht Dann doch in der Frauenfrage Eine konkretere politische Dimension erhält. Das war's für heute. Ist zwar ein Fingresort es ist Teil des Spiels Gleiches, was wir ihnen haben. Eigentlich ist zugrecken, Es wird nicht nur eine Eichendorfschen, mit der Fingresort herausfinden auf den Kilo Örschen. Und das war's für heute. Das ist ein Fingresort. mit der Schmerzen der Null. Also, das kann es ein Fingresort Nacht sehen, auch mit der Fingresort Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.